Herzlich willkommen zum Studieninformationstag. Mein Name ist Alexander Geß, ich bin Professor der Studienrichtung Maskenbild. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Live-Chats mit vielleicht zukünftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich biete ein Zoom-Gespräch an zum Thema Beratung und Studieninhalte und schauen Sie auf die Bilder der Semesterarbeiten. Ich hoffe, wir können Ihnen alle Fragen beantworten. Viel Spaß beim Erkunden der Studiengänge.